Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einer eher traurigen Nachricht oder bitteren Nachricht für alle, die gerne Crafted Gear benutzen. Denn dieses wird in Season 4 im Vergleich zu Season 3 nochmal eine Ecke schwächer sein. Was das alles bedeutet, das schauen wir uns in diesem Video an. Wenn ihr mich unterstützen wollt und wenn ihr keine News in Sachen Season 4 verpassen wollt, dann sehr gerne ein Like auf das Video raufhauen und den Kanal abonnieren. Vielen Dank dafür und damit schauen wir einfach mal rein, was das bedeutet. Grundsätzlich war es so, wenn wir uns zurückerinnern, in Season 1 von Dragonflight war gecraftetes Gear, glaube ich, gleichbleibend stark oder gleichbedeutend stark wie mythisches Raid Gear. Jetzt mittlerweile ist es so, dass wir gecraftetes Gear auf maximal 486 ballern können. Die mythischen Upgrade Tracks von M-Plus oder Raid Gear gehen maximal bis Item Level 489. Das heißt, Blizzard hat sich entschieden gehabt, das gecraftete Gear drei Item Level schwächer zu machen, als das maximal bestmögliche Raid oder mythisch Plus Gear. Ja, aus dem einfachen Grund, Blizzard hatte schon mehrmals gesagt, dass dieses gecraftete Gear teilweise zu stark war und so haben sie das ein bisschen umgangen. In der neuen Season wird gecraftetes Gear aber verhältnismäßig noch etwas schlechter und das seht ihr hier dran. Wir können die neuen Aspekt-Wappen und so weiter oder die Enchanted Crests anschauen und so weiter und so fort. Und da haben wir hier für maximales Item Level braucht ihr das Enchanted Aspects Awakened Crest. Das Ding buttert ihr in einen Arbeitsauftrag mit rein und je nachdem, welche Qualität, also auf Gold, heißt 5 Sterne, 5 Stufe 5, whatever, bekommt ihr eine Qualität von Item Level 522 daraus. Wenn wir jetzt mal schauen, ist es so, dass grundsätzlich die Item Level aber wieder um plus 39 steigen werden. Wenn wir jetzt auf 489 mal 39 draufbuttern, kommen wir bei 528 raus. Und das heißt, die gecrafteten Epics sind zukünftig nicht nur 3, sondern 6 Item Level schwächer als maximal aufgewertetes Gear aus Mythisch Plus oder aus Raids. Was heißt das jetzt? Blizzard will natürlich auf der einen Seite nicht, dass ihr euch zu stark equippt über dieses Crafting-Feature. Was ich sagen muss, auf der einen Seite kann ich es verstehen, in Season 1 von Dragonflight ging das sehr, sehr einfach. Auf der anderen Seite war halt das überarbeitete Crafting-Gedöns das oder eines der Features von Dragonflight. Und von Patch zu Patch hat Blizzard das Ganze immer weiter trivialisiert und weniger wichtig gemacht. Natürlich werdet ihr auch noch immer gecraftetes Gear anlegen wollen, zumindest die beiden Slots, wo ihr eine Verzierung, also ein Embellishment draufmachen könnt. Das wird immer noch stärker sein als 6 Item Level mehr. Aber darüber hinaus, wenn ihr die Wahl habt, auf allen Slots 6 Item Level weniger zu tragen mit perfekten Stats oder ihr müsst Gear farmen, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass ihr werdet Gear farmen müssen. Mit Ausnahme vielleicht auf den Slots Ringe und Hals, weil da Item Level nicht so wichtig ist, sondern die perfekten Stats. Aber darüber hinaus, überall wo Mainstead mit drauf ist, machen 6 Item Level einen sehr, sehr großen Unterschied, egal wie die Stats da jetzt sind. Und das könnte durchaus bedeuten, dass gecraftetes Gear noch weiter an Relevanz verliert in Season 4, als es das vielleicht eh schon getan hat. Also wenn man mal guckt, zum Beispiel jetzt auch in Season 3. Ich habe eigentlich nur noch 3 gecraftete Items an und hier, weil ich keinen besseren bekommen habe. Ansonsten ist man teilweise mal rumgelaufen und hatte, weiß ich nicht, Boots, Gürtel, die beiden Ringe und so weiter und so fort. Alles voll mit gecraftetem Gear. Und mittlerweile, bei manchen Klassen und Specs kann das auch noch so sein, bei mir mit der aktuellen Stead-Kombination, gibt es aber selbst bei den Ringen, ja, nichts was besser ist als dieser 483er Ring und so weiter und so fort. Also, weiß ich nicht, da hat Blizzard den Kurs halt radikal umgeschwenkt, was die Bedeutung der Crafted Items angeht. Kann man jetzt finden, wie man möchte. Was ich damit einhergehend aber auch noch schade finde, ist, dass es auch weiterhin, um diese Funken umzuwandeln, braucht ihr weiterhin 250 Flugsteine in Season 4. Bedeutet, nicht nur letzten Endes, auf Mains ist das letzten Endes scheißegal, aber auch für Twings finde ich es ein bisschen schade. Nicht nur, dass die Qualität, das Item-Level ein bisschen schwächer wird. Nee, ihr müsst auch weiterhin die 250 Flugsteine berappen. Und mich ärgert das zumindest bei den Twings, weil so wie ich bisher immer gespielt hatte, hatte ich auf Twings relativ wenig Flugsteine. Und, ähm, ja, wenn das dann jetzt noch ein bisschen schlechteres Item-Level ist, crafte ich mir am Ende halt lieber gar nichts und benutze die Flugsteine einfach rein zum Aufwerten von Items. Da habe ich am Ende wahrscheinlich mehr von. Aber gut, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Damit danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und reingehauen! Bis zum nächsten Mal!